Hallo und herzlich willkommen zum 18. Türchen des Alles-Könner-Kiste-Adventskalenders von 2019. Und wir hatten im Tag 17 Wilfried den Weihnachtswurm und egal was jetzt noch kommt, das kann einfach nicht mehr getoppt werden. Deswegen schauen wir doch gleich mal rein, was wir denn jetzt machen sollen. Innerer Zen, innerer Zen, wir suchen den inneren Zen und regen uns jetzt nicht darüber auf, dass wir wieder nur Filzteile aufeinander kleben. Gut. Ich glaube, ich habe das mal in einem anderen Video erwähnt. Hat jetzt nichts mit dem Kalender zu tun tatsächlich, mal ausnahmsweise. Ich schaue mir viele YouTuber an im Bereich Arts & Crafts und gerade diejenigen, die mehr in die Art-Richtung gehen, also mehr ins Zeichnen, machen das halt so, wie ich auch so von oben. Ich bin jetzt zwar so ein bisschen von schräg, aber ich habe ja auch das ein oder andere Zeichnenprojekt vor, auch wenn ich nicht zeichnen kann. Aber es hat mich ja nie davon abgehalten, irgendetwas zu tun. Haltet euch, lasst euch nie von irgendetwas abhalten, von dem ihr denkt, dass ihr es nicht könnt. Und probiert es und nur wenn ihr lang genug probiert, werdet ihr es auch irgendwann mal können. Aber, das ist nicht das Thema, die machen das so von oben, ist ja gar kein Problem und nehmen sich dann halt auf beim Zeichnen. Aber was ich unglaublich nervig finde, wo ich jedes Mal die Krise kriege, ist die Art und Weise, wie sie mit ihren Händen reden. Weil das ist dann immer so übertrieben und da muss man so ziehen und überhaupt und dann, ja, da muss man alles, worüber man redet, muss man dann halt auch natürlich mit den Händen irgendwie widerspiegeln und überhaupt. Und das macht mich wahnsinnig, weil mich das so, so stresst, weil das das ganze Video so, so hektisch macht. Wenn ich die ganze Zeit hier sehe, wie die Leute mit den, mit den Händen rumwedeln. Also, ich rede auch viel mit den Händen, ich mache auch viele Bewegungen, die ihr nicht sehen könnt, weil ich sie außerhalb der Kamera mache, weil mich das nervt, wenn ich das während der Kamera mache. Ja, so wie das, es gibt Bewegungen, die mache ich auch vor der Kamera, aber das macht mich wahnsinnig, wenn die irgendwas erzählen und dann gehen die da hin. Und ich weiß nicht, ob die das bewusst machen, damit das Video nicht so langweilig wirkt, weil sie die Hände nur so liegen haben. Oder weil es eher was Unbewusstes ist. Und die sind tatsächlich auch hinter der Kamera so, dass die sehr, sehr viel mit ihren Händen gestikulieren. So Leute gibt es ja. Und scheinbar gibt es davon sehr viele in der Art-Community. Die sind so klein. Geh mal her. Geh mal da wieder rein. Die Seite nehme ich weg. So, also wir haben stolze fünf kleine Perlchen in einem Rot. Das Filzteil, was ich eigentlich noch nicht mehr aufkleben muss, weil es von Haus aus wie aufgeklebt wirkt. Wir gucken mal. Ich gehe davon aus, das soll ein Keks sein. Und tatsächlich einen Keks anhänge. So soll das gute Stück aussehen. Ganz ehrlich, ich hole das hier nicht runter, weil es ist perfekt drauf. Steht auch nicht viel drauf, außer klebt alles aufeinander. Und das war's. Und da die das hier ja schon sehr nett für mich da aufgeklebt haben, werde ich das jetzt nicht runterholen und versuche mir Klebstoff anzukleben. Ich werde jetzt das da aufkleben und die Perlen und dann bin ich fertig. Damit man auch einfach mal sieht, wie einfach das ist. Einfach, einfach. Weil einfach, einfach, einfach ist. Ich weiß zwar nicht mehr, von welcher Werbung das war. Aber einfach, dass ihr es wisst. Einfach. Wie kann man hier vielleicht. Also ich weiß nicht, ob meine Nachbarn sich einfach nur laut unterhalten oder ob die sich gerade streiten. Das ist sehr schwer zu sagen. Im Prinzip interessiert mich das auch gar nicht. Aber ich höre es halt die ganze Zeit im Hintergrund und es nervt. Egal, in welche Richtung das geht. So, damit ist das Ding aufgeklebt. Ich habe nur ein bisschen Kleber an die Seiten dran gemacht. Ich glaube, ich muss hier mal so ein bisschen mit der Nadel da rein. So viel Klebstoff haben wir bei Wilfried im Weihnachtsfurt nicht gebraucht. Aber wenn sie sich streiten, streiten sie schon locker mal eine Stunde. Meine Streitereien, also wenn ich mich mit jemandem streite, das geht normalerweise nicht so lang. Irgendwann gehe ich einfach aus dem Zimmer. Ist allerdings bei den Wohnungen hier schlecht. Hatte ich glaube ich auch schon mal erzählt, ich weiß es nicht. Aber man muss durchs Wohnzimmer, um ins Schlafzimmer zu kommen. Die Küche ist noch ein eigener Raum, der ist aber nicht besonders groß. Aber es gibt da bestimmt welche hier, die dann da an der Sitzecke oder so drin haben. Aber ich könnte mich nur in die Küche setzen, ins Wohnzimmer oder ins Schlafzimmer. Und man kann sich nicht hier besonders gut aus dem Weg gehen. Wenn man zu zweit hier wohnt oder mit noch mehr. So, dann setzen wir mal die Sprinkles hier irgendwo auf. Ja, machen wir mal ein bisschen mehr Kleber, weil der trocknet ja transparent. Ich habe das jetzt schon eine Weile nicht mehr erwähnt. Aber er ist transparent. Und dann noch ein in und irgendwie da ein in. Und gibt es bloß nicht zu viele von denen. Es ist unglaublich. Die Dinger dürften nichts kosten, diese Perlen. Und trotzdem kriegen wir nur lausige vier Stück. Habe ich da ein Klecks hingemacht? Die sind schon so eingesaugt worden. Der Klebstoff, dass ich das schon gar nicht mehr so sehe. Bräuchte für hier noch einen. Die haben die jetzt nur da so hingemacht. Weil jede einzelne Perle kostet mal locker zehn Euro. Irgendwie muss man es ja rechtfertigen, dass man nur 30 dafür nimmt. Da sollte man ja noch froh sein. Und die eine Perle ist, glaube ich, auch noch kaputt. Und die hier. Yay! Türchen Nummer 18. Letztes Jahr hatten wir eine 3D-Karte. Da haben wir so Geschenke gehabt, die wir da aufgeklebt haben, glaube ich. Also so eine Pop-up-Karte, so wie die mit dem, so wie das da. So eine Pop-up-Karte, aber mit Geschenken, die wir noch mit Stickern dekorieren durften. Hier haben wir ja keine Sticker zum Dekorieren. Und wir hatten eine Meise. Wir hatten da echt eine Meise und da haben wir einen Pompon einfach noch draufgeklebt. Weil die Meise an sich war einfach nicht genug. Und die Meise war nichts gegen Wilfried, den Weihnachtswurm. Also auch der Keks stinkt einfach nur ab. Deswegen würde ich sagen, mache ich hier jetzt auch gleich mal Feierabend. Und wir hören uns beim Türchen Nummer 19 wieder oder bei all meiner anderen Videos. Bis dann!